Nein, das bricht zusammen. Okay, das kann ich zusammenbrechen, oder? Ah! Öh. Das sollte wir überleben. Hier sind auch noch welche. Ich glaube, jetzt kommt die Schleichmission. Sag mal! Der greift mich irgendwie nicht an. Wie geht's, Muni? Hallo? Na? Tja, ich bin hier oben, ne? Kommst du nicht hin, ne? Tja. Ich hab's halt drauf. Wo steh ich denn jetzt drauf? Ich bin da hoch. Ey, ey, ey. Weg, weg. Geh weg. Nein, ich bin nicht zum Spielen da. Ich bin nicht zum Spielen da. Hallo? Bin nicht zum Spielen da, Freundchen? Hier geht's rein. Ui, hier sind Knochen. Und hier sind Schuhe. Warum? Ich komm jetzt nicht... Ah! Geh weg! Ach, müssen wir jetzt hier runter? War ja klar. War ja klar. Ach, gespeichert wird auch. Kann mir jetzt irgendwas passieren hier? Wahrscheinlich schon, hm? Ja... Was ist das denn da? Ist das eine Tusse? Die schläft? Frauen sollen wir doch nicht wecken. Wo sollen wir denn jetzt lang? Da hinten sieht's aus, als würd's da weitergehen. Wir müssen's machen. Das hat uns natürlich bemerkt. War ja klar. Hey, hey, hey. Ganz ruhig. Hey! Hey! Hey, geh weg! Sag mal. Noch unfreundlicher geht's ja nicht, ne? Oh je, das Vieh ist auch wach. Sag mal, wo soll ich denn jetzt hier lang? Hm. Bin überfordert. Hi. 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 Hier hoch? Ja, hier hoch geht's. Oh, da geht's ja lang. Dann halt hier lang. Das ist schön. Ein schöner Weg. Mir mag ich viel, viel lieber, als bei euch da unten zu sein. Was macht das jetzt? Am Arsch. Ich glaub, die hören mich nicht. Weil ich diese komische, extra leichte Anzugdings da hab. Aua! Aua! Das tut weh, wenn der mich jetzt geschlagen hätte. Vor allem, ich hau mir mal ein Mediket rein, damit es mir mal besser geht. Wir haben doch jetzt so viele. Äh. So, jetzt will ich doch... Ach, hier. Das Rohr natürlich. Sag mal, wie doof bin ich denn? So. Hier kommt mir nicht nach. Oh, nee. Jetzt geht's wieder runter. Nee. Nee. Sag mal, ist das die... Die Ausscheidung von ihm? Sieht nicht sehr appetitlich aus. Okay, hier ist kein Vieh drin, ne? Was? Hey, hey, hey. Ah, das wird gut. Ja, ja. Alles wird gut. Ist schon klar. Alles wird gut. Wo ist denn jetzt endlich diese Scheißtür? Hier ist es doch. Okay. Hä, hä, hä. Mit den Frauen will ich mich nicht anlegen. Hey. Die Klübenne geht auch noch. Ein Schuh. Das heißt, nicht Gutes. Nichts Gutes, ja. Die Tasse. Die muss ich da drüben hin? Ich lasse mich hier rein. Die Lampe funktioniert nicht mehr richtig. Ja, ich komme einmal gegen den Schreibtisch. Da tut sich alles gleich. Ne? Kaputt machen. Ja, lecker. Munition. Jetzt gehen wir mal hier rein. Geht das? Ja, die Tür hat nämlich so anders ausgesehen. Tür zu. Und ich glaube, wir haben es gleich gefunden. D6. Ist es das? Nee. Alles Müll. 69D. 70A. Mein Gott, Adjom. Nicht aus... Nee. Wir finden schon... Wir sollen D6 gucken. 6, Adjom. 6. Hm. Das sieht anders aus. Ich glaube... Nee. Oder doch nicht. D6. Da ist es doch, Adjom. Musst noch nur hingucken. Ja. Das... Das sieht doch nach was aus. Dann wieder mal raus. Ab geht's. Fahrt nach Sparta. Ich habe D6-Dokumente gefunden, aber Milla war nicht zurückgekehrt. Ohne seine Hilfe war ich mir nicht sicher, ob ich lebendig aus der Bibliothek herauskam. Aber alle sind davon ab. Hoffen wir mal. Wir können nur hoffen. Das ist natürlich non-bibiotith. Aber wir gehen raus jetzt. Raus. Schnell. Adjom. Ohne. Ich glaube, irgendein Sturm tritt auf. Hau ab. Wow. Hau ab. Hau ab. Oh. Wer ist das denn? Wer seid ihr denn? Für 50 Kugeln bringe ich dich. Für 50? Du hast es also geschafft, Adjom. Ich hatte Zweifel, um ehrlich zu sein. Hast du etwas gefunden? Okay. Steig auf. Ja. Wo geht es denn hin? Zur Kirche. Adjom. Klingelt es bei dir, wenn du den Namen Kahn hörst? Ja. Hat uns geholfen, dich zu finden. Ich weiß noch nicht, wie er das geschafft hat. Hey, wie ist es wieder das Musik? Klar. Machen Sie sie an. Musik ist immer gut. Das sage ich auch immer. Ja. Ja, Kahn ist ein alter Freund. Werden wir ihn wiedersehen? Cool. In der Zwischenzeit schaue ich mir mal die Dokumente an, die du mitgebracht hast. Ja. Ich habe schöne Dokumente mitgebracht. So, dann gucken wir jetzt gerade nochmal hier um. Hi. Hallo. Hallo. Ich bin Wlamir. Cool. Cool, cool, cool. Einfach mal alles hier mitnehmen. Das können wir bestimmt irgendwo verticken. Alles mitnehmen. Was ist das denn eigentlich? So was, das wäre doch cool. So ein Nachtsichtgerät. Das haben wir nämlich, glaube ich. Oder doch, wir haben doch ein Nachtsichtgerät. Stimmt. Aber es hat keinen Strom mehr. Habt ihr Batterien? Batterien? Die hier, die will ich. Ähm, die ist natürlich ziemlich cool. Die Waffe, die ich jetzt aufgehoben habe. Die hier haben wir ja schon. Ja, also erstmal gibt es hier nichts mehr für mich. Also trotzdem danke. Das ist aber was. Ein anderer Mann. Ach, wir brauchen ja gar keine. Ach, das ist ja gut. Doch, sie ist ja gut. Hallo? Wie geht das Ihnen? Die wollen ja nicht mit mir reden. Hallo, Artyom. Hi. Ach, das ist, er hackt Holz. Ja. Ich mache Übungen, wie du siehst. Ja, Übungen. Komm, ich mach mal mit. Schade geht nicht. Gehen wir mal hoch. Und wer ist denn da? Wer ist das denn? Und wer ist da? Ich glaube, es ist Khan. Hi. Hallo, Artyom. Ich sagte doch, wir sehen uns wieder. Da hattest du wohl recht. Eine hübsche Basis, die die Ranger sich geschaffen haben. Ich habe gehört, dass die Polis dir nicht geholfen hat. Und jetzt? Bleibst du still, wirst du zu einem Ranger. Schau dir deinen Weg genau an, Artyom. Und denke daran, wie er enden könnte. Du erntest, was du siehst, Artyom. Gewalt führt zu Gewalt. Krieg zu Krieg. Und Tod bringt nur Tod. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, bedarf es mehr als gedankenloses Handeln. Nun, Artyom. Ich habe hier schon zu lange geplaudert. Zeit zu gehen. Auf Wiedersehen. Du bist ein guter Kumpel. Du bist ein guter Kumpel. Ja, ja. Der Khan. Hier ist nicht viel Nützliches drin. Hauptsächlich Andeutungen. Immerhin der Weg zu D6. Dann ist das also unser Ziel. Bereit? Ich bin bereit. Ullmann, ist alles bereit? Das Brennholz ist fertig. Wo kommen die denn her? Die Ausrüstung ist bereit. Und ihr Leute? Bereit? Dann steigt auf. Dann steigen wir mal auf. Nach D6. Aber das erst in einer nächsten Folge von Metro 2033. Bis dann. Ciao.